Hallo und Servus, good kissing Freunde, willkommen in unserem Piersenstudio. Wir haben ja unsere Piersenverlosung für Oktober angekündigt, die findet nun statt. Wir haben ja alle Teilnehmer in einem Heimer gesammelt und werden das jetzt zur Aktion bilden. Ich konzentriere mich ganz fest, schauen, ob es auch noch einer ist. Okay, hier. Spannend. Oh, das hier ist die Kerstin, Roman hat gewonnen im Piercing jeder Wahl. Herzlichen Glückwunsch, Kerstin, wir werden dich aber auch noch anmelden, okay? Ciao.